Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das Ofenrohr reinigen und somit auch das Kaminrauchrohr ohne Ausbau natürlich richtig putzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Schornsteinfeger kümmert sich regelmäßig um die Reinigung von unserem Schornstein, jedoch nicht um die Reinigung von unserem Rohr, was direkt zum Kaminofen geht. Und hier sollten wir am besten einmal im Jahr kurz vor der Heizperiode mit so einer speziellen Ofenrohrbürste das Ganze einfach mal grob sauber machen. Und dass wir im Winter dann auch eine Optimalverbrennung im Ofen natürlich haben. Normalerweise hat jedes Rauchrohr meist an einem Bogen so eine spezielle Reinigungsklappe und darüber können wir dann auch an das Innere von unserem Rohr rankommen. Hierfür sollten wir aber zuerst wirklich mal darunter alle Möbel entfernen und am besten natürlich auch eine Abdeckplane drunter legen, damit wir einfach keinen Stress danach mit der Frau bekommen, wenn doch etwas Ruß aus der Reinigungsklappe rausfällt. Nun aber erst einmal alte Klamotten anziehen, Handschuhe drüber, eine Schutzmaske aufsetzen und wenn möglich eine zweite Person noch holen, die am besten einen Industriestaubsauger bzw. Aschesauger hier direkt hinhalten kann, damit der herunterfallende Ruß natürlich auch direkt aufgesaugt wird. Einen normalen Staubsauger würde ich nicht empfehlen, da dieser dann doch relativ schnell kaputt gehen kann. Und wenn alles vorbereitet ist, müssen wir diese Flügelmutter mal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das Innere der Reinigungsklappe würde ich mal draußen mit einem alten Besen über einem Mülleimer sauber machen und falls bei dir die Dichtung hier ebenfalls recht kaputt ist, dann jetzt unbedingt einmal schön ausmessen, die alte Reinigungsklappe aber gerne wieder einbauen und in ein paar Tagen, wenn die neue Dichtung da ist, können wir diese auch schon ganz einfach auswechseln. Mein Holzofen ist logischerweise aus und wir können auch erkennen, dass das Rohrinnere doch etwas verrustet ist, auf jeden Fall zum Schornstein hin und auch zum Ofen, denn schaut es relativ gleich aus, weswegen ich am besten bei laufendem Sauger mal mit meiner Ofenrohrbürste, welche übrigens etwas größer als das Ofenrohr selber ist, den Ruß langsam aber sicher Richtung Schornstein schiebe. Ich sollte bei mir am Schornstein angekommen sein, weswegen ich meine Ofenrohrbürste mal wieder vorsichtig zurückziehen kann. Und ich dachte eigentlich, dass ich es alleine ohne Staubsauger für das Video schaffe, aber wir können sehen, hier ist so viel Ruß drin, da muss ich jetzt doch erst einmal absaugen. Je nach Verschmutzung vom Rohr sollten wir jetzt den Vorgang auf jeden Fall noch wiederholen. Und wenn das Innere vom Rauchrohr wieder grob sauber ist, so wie bei mir nach dem dritten Mal, dann können wir auch schon das Rohr Richtung Holzofen sauber machen. Und der feine Staub hier am Boden, welcher jetzt übrigens locker rumliegt, sollte auch kein Problem sein, da dieser dank dem Kaminzug beim nächsten Anheizen wieder im Schornstein landen sollte. Auch das andere Rohrstück sollte wieder passen, weswegen ich mal meine Reinigungsklappe wieder aufbringen kann. Hierfür am besten die Flügelmutter bzw. das Gewinde etwas nach innen drücken, dann können wir die Reinigungsklappe auch schon auf eine Seite geben, reindrücken und sollte normalerweise auch wieder auf die andere Seite rüber gehen. Flügelmutter wieder im Uhrzeiger sind fest drin, gerne am Ende auch eine Zange verwenden und den Kamin würde ich jetzt erst wieder heizen, wenn wir natürlich auch unsere neue Dichtung eingebaut haben. Und somit haben wir jetzt auch schon unser Ofenrohr richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Aschesauger, eine Ofenrohrbürste oder natürlich auch eine Dichtung für die Reinigungsklappe zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. -end-